Und hör zu, wir sind die Delane, jene, die dem Chaos entstiegen. Wir sind die Avesta, die Beschützer von Phaeton, unserer Heimat. Wir wandeln auf einem Pfad zwischen Kontrolle und Auslöschung. Wir erhalten Missionen, die für andere nicht zu bewältigen sind. Wir kümmern uns um die Verräter. In dieser Welt heißt es Fressen oder Gefressen werden. Hört die Stimme, die Stimme ruft mich. Deine letzte Mission war erfolgreich. Du stelltest dich erfolgreich der Dunkelheit. Doch du gabst niemals klein bei. Du überwandest deine innere Dunkelheit und beschütztest dein wahres Selbst. Was bedeutet, dass die Zeit für eine neue Mission gekommen ist? Avesta, begib dich zum Licht. Und finde die Stärke, um eine Welt zu beschützen, die dich verachtet. Geist. enfim. Du schützt sua. Untertitelung des ZDF, 2020